Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Yo, ich habe jetzt übrigens hier auch, wie man sehen kann, die Version 0.15.0 Alpha auf meinem Android-Tablet drauf. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon ein Video dazu gebracht habe oder nicht. Ich nehme gerade hier alle so mega durcheinander auf und weiß jetzt gar nicht, was ich dann eigentlich schon hochgeladen habe, wenn dieses Video online kommt. Und ja, ich habe auf meinem Android-Tablet die 0.15.0 Alpha-Bild 2 jetzt aktuell drauf. Und ja, ich möchte so ein kleines Mini-Projekt starten, sage ich mal so. Und zwar, dass ich mal so mit euch zusammen spiele. Ich würde mal ganz gerne ab und zu so ein paar Videos bringen, wo ich mit euch zusammen irgendwie zocke, mal so in irgendeiner Map. Das heißt, ihr könnt gerne jetzt unter dieses Video euren Gamertag schreiben. Das heißt, wenn ihr hier auf Option geht, seht ihr hier unter Gamertag, wie ihr eigentlich heißt. Ihr könnt auch ruhig meinen Namen eingeben. Dann könnt ihr jetzt so zum Beispiel auch bei mir irgendwie mit auf der Map spielen. Ich glaube, das geht. Und ja, nehmt doch gerne mal euren Gamertag in den Kommentaren. Dann würde ich ganz gerne mal, vielleicht sogar mal mit Video, mal so, ja, mit euch zusammen einfach mal spielen. So, ne? Und so einfach mal so ein bisschen schauen, was ist das so für eine Map? Ihr braucht keine Angst haben, ich mache nichts kaputt. Und so assi bin ich nicht. Ich bin kein Griefer. Und ich weiß gar nicht, geht das laut oder kann man nur zuschauen? Ich glaube, man kann richtig mitspielen. Falls man nur zuschauen kann, dann würde ich das halt eben tun. Aber ich glaube, man kann richtig mitspielen. Ich habe das noch nicht getestet. Und ja, wie gesagt, schreibt gerne mal euren Gamertag in die Kommentare. Ich würde dann einfach mal joinen. Da kann ich hier sagen, Freunde und Freunde hinzufügen. Dann würde ich euren Namen da eingeben. Hier über Freunde mit Gamertag suchen. Zack, 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 würde ich euren Namen hier eingeben. Ihr könnt natürlich auch gerne meinen Namen eingeben und mich hinzufügen. Dann könnten wir mal schauen, ob wir vielleicht auch irgendwie sowas zocken könnten. Hier in irgendeiner Map von mir oder so. Und ja, zum Beispiel bin ich hier in der Map drin. Und ja gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Und ja, würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal so ein paar Kommentare schreibt. Ich werde dann mal ruckel, ruckel, ruckel. Das ist echt hier das Tablet ruckelt sehr. Ich hoffe, jetzt verstehen einige, wieso ich mit dem Tablet eigentlich gar nicht aufnehmen wollte. Mit der 015-0. Und ja, wie gesagt, dann schaue ich mal vorbei und nehme dann wahrscheinlich sogar auch auf. Wird wahrscheinlich jetzt nicht immer der Fall sein, dass ich dann wirklich immer aufnehme, wenn ich mal bei euch raufschaue. Aber das meiste, meistens werde ich das versuchen. Und vielleicht kommen auch mal Livestreams, wo ich dann live mal irgendwie so bei euch in irgendeinem Head mit reingehe. Wenn ihr denn gerade auch im Zocken seid, ihr müsst ja auch im Zocken sein. Ihr könnt gerne irgendeinen Gamertag reinschreiben und wann ihr zockt. Ich weiß nicht, ob ich dann kann, aber ich versuche es. Ich werde mal schauen, ob ich da irgendwie jemanden von euch dann antreffen könnte. Und jo, da freue ich mich ja schon sehr drauf, denn ich habe das hier noch überhaupt gar nicht getestet. Und ich wüsste gerade auch gar nicht, mit wem ich das mal testen könnte. Deswegen, wie gesagt, frage ich euch einfach mal euch. Es wäre sehr nice, wenn ihr da mal eure Gamertags in die Kommentare schreiben würdet. Und jo, natürlich könnt ihr auch sagen, Spieler einladen hier irgendwie und sagt dann hier, Freunde hinzufügen, könnt ihr das auch direkt hier drüber machen, wenn ihr in der Map seid. Das geht auch. Gut, und dann seht ihr auch, welche Freunde online und offline sind. Das finde ich auch sehr witzig, aber ich habe noch gar keine Freunde. Ich habe die Version gerade erst drauf, beziehungsweise ich hatte Alphabet 1 auch drauf, aber ich habe da nicht viel gemacht. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier noch, ja, ich habe die Version noch kaum ausgetestet. Und ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier voll auch witzig, gespielte Zeiten oder Stunden ist natürlich super. Ja, auf dem Tablet spiele ich sowieso nicht so viel. Ja, sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich wirklich selber ein Like freuen. Und jo, schreibt doch mal eure Gamertags in die Kommentare. Das würde mich mal sehr freuen. Und jo, dann sehen wir uns hoffentlich bald mal und können mal zusammen zocken. Wie gesagt, vielleicht geht das ja auch mal über einen Livestream. Das war mal live, komplett live. So auch, dass man das auch auf YouTube sehen kann, miteinander zocken können. Vielleicht gehe ich dann manchmal auch mal einen TS auf oder so, dass ihr da auch mit rein könnt. Das wäre sehr geil. Ich plane sowas auf jeden Fall in Zukunft, dass wir in Zukunft, äh, das war jetzt doppelt gemobbelt, dass wir, dass wir, dass ich einen TS, äh, so einen kleinen TS irgendwie habe, wo man, ja, wo halt einige mit drauf können. Und, ähm, dass wir dann halt öfters mal in einer Map spielen, vielleicht mal irgendwas aufbauen. Ist natürlich blöd, wenn jetzt irgendjemand dabei ist, der dann alles kaputt macht. Aber so testweise kann man das ja mal machen. Mal gucken, wie was passiert da. Macht da wirklich jeder was kaputt? Oder ist das eher nicht so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich das echt gerne mal testen. Und, ähm, jo, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, ähm, dann sehen wir uns hoffentlich bald. Denn ich würde wirklich gerne mal mit euch so, ähm, zocken, wenn das denn so einfach geht. Ich weiß ja nicht, ob man wirklich jetzt miteinander zocken kann oder nur zuschauen kann. Aber, wie gesagt, wenn das Zocken an sich nicht geht, dann schaue ich eben zu euch, ähm, das wäre ja auch sehr witzig mal zu sehen. Oder eben mir. Eben mir, wenn ich mal das Play mache, wäre auch witzig. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Und, ähm, jo, dann ab mit, äh, euren Gamertags in die Kommentare damit. Und, jo, ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Und macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, macht's gut und tschüss. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag. Und, jo, ciao.